Das sieht aus wie ein Gefangenen-Transport. Ich hab's da an der Kette, guck dir nicht an. Warte, da verlieren wir Leute. Ich muss kurz nach hinten, dass die da aufschließen. Pass auf, da ist einer bei euch. Ja, ja, ich weiß. Ich hab's da weggebracht. Ich hab's da weggebracht. Ich hab's da weggebracht. Das sieht aus. Das ist ein fliegel. Ich hab's da weggebracht. Gut, sind wir dran. nicht stehen bleiben gerade dass die zombies nicht mitsporn ich hab eben da verloren der hat zu sich überlegen eine elektrofahruptstraße da war er links und dann immer feuerfrei ich wusste dann schon sehen wir sind nicht zu übersehen er will nicht mehr mit commutern was ich gesagt hab mir jetzt versucht dreimal mitzunehmen ja ich hole ihn naja dann geh aber ganz offen und komm zu den Reststieren halt ne da kommt er er kommt er hat sich gesehen ich sehe ihn nur noch kennenlernen pass auf hinter dir ah ja du siehst uns gleich du sollst schützt diese Sachen ich bin mal vor ich bin mal vor fahrrad ja aus auf ja 3, 2, 1, GO! Da steht nur einer auf! Da steht nur einer auf!